Die Straßenbahnlinie 16 Moin, willkommen in Leipzig, am Bahnhof Leipzig-Messe. Oben liegen die Gleise der Bahn, unten fährt die Straßenbahnlinie 16. Oben liegen die Gleise der Bahn, unten fährt die Straßenbahnlinie 16. Oben liegen die Gleise der Bahn, unten fährt die Straßenbahnlinie 16. Auch zu Bussen kann man hier umsteigen. Die Busse wenden hier an dieser Schleife. Die Bahnsteige sind mit Aufzügen und Treppen zu erreichen. Es gibt zwei Bahnsteige. Die Gleise 1 und 2 gehören zur Strecke von Leipzig nach Bitterfeld. Die Gleise 3 und 4 zur Schnellfahrstrecke zwischen Leipzig und Halle oder Leipzig und Erfurt. Die Strecke in Richtung Halle und Erfurt führt auf einer Brücke über die Gleise in Richtung Bitterfeld hinweg. Am Gleis 1 und 2 halten die S-Bahnlinien S2 und S6 sowie die Regionalexpress-Züge der Linie RE13. An den Gleisen 3 und 4 halten die S-Bahnen der Linien S5 und S5X. Achtung, Zugbetrieb. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gegenseitigen Bereich des Nachhaltensgeführers. Die Gleise 1 und 2 halten die S-Bahnlinien S5. Außerdem kann man hier Güterzüge auf dem Weg vom und zum Leipziger Güterring sehen. Auch hier sind die S-Bahnlinien S5. Es gibt hier ein Kehrgleis. Die Tüge der Linie S6 wenden dort. Die Tüge der Linie S6. 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 Die Tüge der Linie S6.